In diesem Layron Board Basic Tutorial soll es darum gehen, wie du auf Knopfdruck eine Quelle zum Rotieren bringen kannst, nämlich so. Dafür wechseln wir einmal schnell die Szene und du öffnest wie immer deinen Layron Board Receiver, verbindest dich bitte mit OBS und gehst dann in das Stream Deck deiner Wahl. Das ist jetzt hier der Knopf, den ich gerade erstellt habe für die Demo. Wir machen jetzt einmal einen neuen Create Blank Button und wir wollen jetzt hier einmal meine Kamera drehen. Um 360 Grad, also einmal Rotate Cam, können wir das Ganze hier schnell einmal nennen. Dann gehst du auf Add Commands, also rechtsklick Add Commands und dann auf das Plus und jetzt suchst du dir den Source Motion Rotation. Den einmal auswählen und jetzt gibst du einmal an, für welche Szene ist das Ganze, in meinem Fall die Just Chatting Szene 2, für welches Item, also welche Quelle, in meinem Fall ist es Cam YouTube, Start Rotation und jetzt geht es im Endeffekt um die Gradzahl, also wir starten bei 0 Grad, wir beenden das bei 360 Grad. Wenn du möchtest, dass ich das öfters um die eigene Achse drehst, dann nimmst du halt eben 720 Grad und so weiter. Und wie lange soll das Ganze rotieren? Wir machen mal drei Sekunden. Du kannst es dann hier noch auswählen, ob das Ganze langsam anfängt und schnell aufhört oder schnell anfängt und langsam aufhört. Das kannst du dann hier rüber, wir lassen das jetzt hier beinahmen und ich erstelle mir gleich noch eine zweite, weil ich habe hinter meiner Cam ein Bild hinterlegt und damit das nicht so doof an einer Stelle jetzt hängt, erstellen wir das Ganze jetzt gleich auch noch für das Bild. Das ist in meinem Fall Cam YouTube Bild 0, 360, 3000, dann und dann und jetzt einmal hier im Uhrzeigersinn um die eigene Achse drehen. Sollte sich bei dir jetzt deine Quelle oben links anfangen zu drehen, dann liegt es daran, dass du im OBS etwas noch verändern kannst. Wenn ich jetzt hier bei meinen Quellen bin und gehe jetzt hier auf meine Cam, rechtsklick, auf Transformieren, Transformieren bearbeiten, dann musst du hier bei der Ausrichtung, dann ist die nicht auf Mitte, sondern zum Beispiel oben links. Dann fängt diese Rotation oben links, also quasi hier in der Ecke, diese Rotation beginnt dann und dreht sie um die eigene Achse. Also wenn ich das jetzt hier einmal umstelle, bin ich kurz einmal weg, macht nichts. Gebt mir eine Sekunde, wir machen das Ganze für das Bild auch noch. Transformieren, Transformieren, wo ist es? Da. Wenn wir das jetzt hier auch auf oben links stellen und ich jetzt das Ganze wieder herziehe, so, und jetzt auf den Knopf drücke, halt, das war der falsche Knopf hier, dann siehst du, jetzt rotiert das oben links um die eigene Achse. Also sollte das bei dir irgendwie anders rotieren oder du möchtest, dass es anders rotiert, dann einmal rechtsklick auf die Trelle, Trelle vor allem Quelle, Transformieren, Transformieren bearbeiten und dann in der Ausrichtung gucken, wie ist deine Quelle ausgerichtet und wo soll sie sich drehen. Das war's, so einfach geht das Ganze. Wenn du Fragen hast, hau sie gerne in die Kommentare, wenn du weitere Anregungen, Ideen hast, welche Videos du gerne rund um Larenbot hättest, welche Tutorials, schreib das ebenfalls gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Falls ja, hilf gerne mir mit einem Daumen nach oben und einem Abo, damit du kein Video mehr verpasst und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Doc dreht sich raus. Ciao.